und damit herzlich willkommen zu einem weiteren angezockt hier auf dem kanal wir schauen uns moviehaus an ich hab da ein paar plätze angefragt für ein key und habe den kostenlos bekommen aber das soll den eindruck hier von dem spiel nicht irgendwie täuschen warum wollte ich das zocken ich war nämlich sehr großer fan von tmovies wer es noch kennt ich glaube 2006 rum meinte ich ist es rausgekommen da hat man halt quasi ein filmstudio gehabt und konnte seine eigenen filme drehen und konnte den auch zuschauen und die szenen einstellen etc hat richtig viel spaß gemacht und ja moviehaus jetzt in der ähnliche richtung ich dachte ja schauen wir doch mal rein was das denn so kann immer ein bisschen reingespielt zum testen wir machen aber ein neues spiel so ja damit fangen wir erst an wir sind in den 1980er jahren willkommen die kamera sind einsatzbereit wir machen eine reise durch eine der anfälligsten jahrzehnte des filmemachern ab jetzt in den 80ern du bist verantwortlich für das schreiben von dbüchern und die produktion von filmen und vergiss nicht dass alles geld kostet fangen wir mal an ja also wir haben nicht wirklich eine freie kamera wir sind seit immer so was nehmen wir denn hier für ein logo ist so ein bisschen löwen style oder bär die wird so ein löwe natürlich stehen oder nämlich stehen ich glaube ich nehme den hier okay black line movies so das klingt doch gut weiter sodann lass uns das studie bekannt machen klicke auf das mitarbeitergebäude um ein auto einzustellen okay stelle ein auto ein das sind die autoren die sich gerne unserer crew anschließen möchten jeder auto hat eine art von fähigkeit und kreativität unser ziel ist es filme zu produzieren die die höchste qualität bezüglich der fähigkeit und kreativität besitzen wieder ein autor aus der werberliste wer ist denn der beste der hat 10 und 5 5 und 10 8 und 5 6 und 7 7 und 6 hm ich glaube ich nehme diese jenny hier ist eingestellt schon haben wir den used look hier großartig jetzt haben wir ein autor im team klicke auf das mitarbeitergebäude um mit dem drehbuch zu beginnen ok ja neues drehbuch so soll es ein abenteuer oder mystery werden wir jetzt sagen abenteuer und das erste was wir machen ist könig der löwen natürlich so legen wir ein zyklus geschnickert fest maximale drehbuch qualität schnell schuss so lange wie nötig 36 tage ist eh auch schon lang autoren die jenny die jenny bitte was video rekorder wurden erst vor wenigen jahren eingeführt wodurch die leute zu hause filmen wohnzimmer gucken können einige experten sind der meinung dass videokassetten sogar das kino ersetzen werden unglaublich ach so das ist quasi das menü da unten und da kann man das ein und ausblenden soll ich das wie bestätigen dann halt nicht was aber hier noch geldmittel wird weniger statistiken und abendkasse was gerade so läuft okay die spooky grudge koresh report wer geht okay ja so weit sind wir noch nicht ähm da möchtest du was von mir von da oben okay plane den verlauf der geschichte kulisse held und schurke was wir sollen uns eine gute handlung für den film überlegen wähle die karten die zum genere unseres films passen kulisse wüste weltabstagszuschulen schulen ja krägte löwen äh jester wüste dann der held ist ein schurke das androide der auserwählte ja der auserwählte und der schurke ist schlüssige diebe androide ein eiswerk der verführer naja machen wir das mal so okay abschließen und jetzt kriegen wir da halt quasi wie so Punkte und das erinnert mich rein so vom spiel her sehr an gamedev tycoon mega cool das spiel wie ganz so und dann können wir hier noch die zeit vorspulen das glaube ich werden wir jetzt auch mal machen komm mehr punkte sind ja noch so wenig hier okay cool bin fahr mal also drehbuch ist abgeschlossen könig der löwen außerordentlicher umfang fans vom gehobenen film plus 15 und so weiter überraschende wendung ah die geschichte ist einzigartig okay und da sind wir hochgelevelt abschließen so dann hätten wir das da unsere dwoche abgeschlossen ist können wir mit der produktion eines films beginnen aber zuerst müssen wir den regisseur sein wieder auf dem personsgebäude um einen regisseur einzustellen okay machen wir mal puh wer ist denn da gut 8 6 7 7 7 7 8 6 ich glaube ich nehme die birdie da okay film produzieren und zwar gern könig der löwen ähm produktions wie viel geld habe ich 126.000 kurzfilm indie ach ich kann das nicht verändern das ist ein kurzfilm schade äh Entwicklungsgeschwindigkeit 58 Tage und das machst du produzieren los geht's das ist ein interessantes setting und weiter kommt man jetzt hier leider nicht rein so wird jetzt hier da quasi gedreht okay du könntest eigentlich ein neues Drehbuch währenddessen schreiben ähm Mystery Oh mein Zufall Collateral Terror River of Terror Primal Searching Primal Terror Murder the Gloom Arrival of Clues Best of Dread Knives in the Mist machen wir das mal ja auch alle Standards Autoren Du entwickeln dann läuft das schon mal zeitgleich Okay verteidigt das Gesamtbudget für das Casting Machen wir mal 25.000 Oh gerade C oh das wird richtig teuer Ja machen wir so Müssen ein bisschen Geld sparen erst mal Okay Civil Wars von mir Okay Mystery Machen wir in einer Waldhütte Verhält Psychiatrische Patient Ja Und der Schurke ist uralte böse Kraft Ja das klingt doch gut Alles klar Oh was willst du Jede Schauspieler Hauptrolle und Nebenrolle Hauptrolle 12 8 12 8 Sind das Follower Ah Fans Der Anführer wird als Nemo Okay Nimm mal dich Nebenrolle Nimm mal dich Ja Viel Spaß Sind aber immer noch nicht dort zu sehen Ah doch Jetzt sind wir da Moin Was haben wir bloß den Film nicht Ne Wer 8 Uhr Bist wieder was Verteile Produktionsbudget Es ist Zeit Produktionsbudget für die verschiedenen Abteilungen zu verteilen Gehe an unseren Film mitwirken Verteile das Budget so dass es zum Journey und zu unseren Films passt Abenteuer Ähm Ja Weniger Nebenrollen Requisiten Effekte Lege das Design fest Ja Ich glaube so Keine Ahnung Was da Richtig ist Aber Auch das Gab es halt Bei Game Death Tycoon Wo du Dann Eingestellt Hast Geht es Mehr In Die Engine Und So Sachen Wollen wir Die Was Anklicken Ne Er Frisst Einfach Nur Pizza Die ganze Zeit Immer Immer Weniger Geld Ok Es scheint Fertig zu sein Drehbuch abgeschlossen Neuer Rekord Geht Anzeige Fehler Und du bist Auch Hoch Gelevelt Ok Abschließen So Da links Oben Haben wir Jetzt Einen Forschungspunkt Schöne erforschen Studio Aufwertungen Mitarbeiter Verwaltung Ok Müssen erst Studio Aufwertungen Machen Studio Aufwertung Mittelkurs Kontrollier Für uns Das Indie Markts Vertreibe 5 Filme Werte Das Studio Auf Vertreibe Ein Film Von Bester Qualität Vertreibe 10 Filme Kriegen wir Geld Und Sammle 500k Geldmittel Wir brauchen Ein Größeres Boot Als Aufstrebendes Studio Haben wir Immer viel Zu tun Mal sehen Was Als nächstes Kommt Ok Das Können wir Heute Nicht Machen Und Film Fertig Der Auto Braucht Eine Hilfe Wir Müssen Den Schnitt Zwischen Zwei Sprechenden Schauspielern Setzen Aber Alle Haben Vergessen Wie Da Schreit Nach Schuss Gegen Schuss Machen Wir Ein Braun Sequenz Stellen Experten Von Außerhalb Ein Ja Machen Wir Meine Experten Machen Wir Das So Kein Forschungspunkt Mehr Na Bald Fertig Wir Brauchen Geld Ist Fertig Außerordentlicher Umfang Überraschende Wendung Kurzfassung Okay Abschließen So Großartig Unser Erster Film Wurde Produziert Wir Können Jetzt Einen Vertrieb Suchen Der Unseren Film In Kino Zeigt Klicke Auf Das Mitarbeitergebäude Um Film Zu Vertreiben Okay Den Film Hier Kino Da Kommt Vermutlich Später Noch Mehr Es Gibt Es Keine Studios Die Darin Interessiert Sind Diese Marke Zu Vertreiben Nimm Festivals Teil Um Interesse Zu Wecken Okay Machen Wir Bekannte Studios Sind Gibt Es Keinen Vertrieb Der Daran Interessiert Ist Ja Ja Sollten Dafür Sorgen Dass Film Begeistert Gefeiert Wird Um Vertrieben Zu Gewinnen Wir Sollten Uns Film Festivals Anmelden Versprich Vertreiber 25k Film Festival Short Film Festival Anmelden Für 5k War es Das Jetzt Schon Begeisterung Begeisterung In Ein Jahr Okay Wir Können Neue Forschung Freischalten Ja Bitte Mitarbeiterverwaltung Was kommt Jetzt Oh Begeisterung Geht Rechts Unten Um Die Festival Jury Möchte Mehr Über unseren Film Erfahren Wir Müssen Den Teil Des Films Hervorheben Auf Dem Wir Besonders Stolz Sind Brüche Über Den Einsatz Von Requisiten Hebe Die Geschichte Ja Natürlich Die Geschichte Okay Wir Können Unsere Mitarbeiter Jetzt Besonders Fördern Klick Auf einen Mitarbeiter Und Sorge Dafür Dass Er seine Fähigkeiten Ausbaut Ja Jetzt haben wir Immer noch Kein Geld Macht Erstmal Neuen Film Produzieren Knives In The Mist Kurzfilm Branch Standard Gleich Wie Vorher Nice Setting Sieht Aber Schick Aus Hier Fake Feuer Okay Auch da Kann ich Rein Zoomen Und Ich Kann Jetzt So Noch Ein So Was Kann Man Bei Dir Das Alles Machen Urlaub Fern Schulen Verwalt Wir Haben Unsere Erste Fünf Versen Mit Gemacht Ob Man Wester Gewinnt Oder Nicht Kann Die Mitarbeiter Beeinflussen Wir Sollten Unsere Mitarbeiter Zufrieden Stellen Sonst Kündigen Sie Vielleicht Okay Ich glaube Den Namen Des Mitarbeiters Um Seine Zufriedenheit Anzusehen Äh Achso Jetzt bin Ich Ja Da Drin Gesamtbudget Ja 25 Ja Will ich Ja Machen Okay Scheint Soweit Zufrieden Zu sein Wir haben Westerfeld Gewonnen Was Wir haben Gewonnen Toll Wenn Unsere Mitarbeiter Zufrieden Sind Können Wir Weiter Debrüche Schreiben Und Film Produzieren Für die Forschungsseite Um zusätzliche Filmtechnik Freizuschalten Bitte Denke Daran Eine Gute Balance Zwischen Der Produktion Von Filmen Und Mitarbeiterschulung Zu Halten Viel Glück Ja Bezüglich Schulen Warte mal Fähigkeit 2 Monate 15k Na Wir haben Kein Geld Für sowas Momentan So Filmfestival König der Löwen Nice Erster Platz Cool Nice Jetzt müssen wir Den aber noch Vertreiben Da König der Löwen Ähm Was Der Vertreiber Stellt das Brustag Einig Vertreiber Wollen Alle Rechte In Film Kaufen Es ist ja Schon Ich glaube Sie haben Den Namen Irgendwie Erkannt So Afrikanisch Vertriebsrechte Theater Was ist das Fragezeichen Profiter Abendklasse Mach mal Das mal Cool Los geht's So Ähm Hier geht's Wieder weiter Schauspieler Hauptrolle Machen wir das Nebenrolle Da Los geht's Was kann ich mir eigentlich hier ansehen Oh Die Wertung 8 von 10 Ich habe schon bessere gesehen Aber auch schlechtere Die Daily Times Insgesamt ein idiotischer Film Schießmittelmäßig Es ist mein allererster Ne Letzt mal nicht so Die Hoben Allgemein A plus Die Hoben B minus Oh was Wie gut passt die Geschichte zum Genre Außerwettel Verführung Nicht so Okay Ach Das sind jetzt quasi die Sales hier Am Wochenende Wochtags Cool Ähm Ich brauche bitte noch mal ein Drehbuch Neues Drehbuch Wir können immer noch das gleiche hier machen Machen wir noch einen Abenteuerfilm Ähm Was machen wir denn Action bei der PKP Standard Gleicher Autor Danke Los geht's Ähm Was machen wir da Mystery Unglaublich Machen wir mal so Eher mal auf Nebenrollen Naja Cool 60.000 Läuft Statistik Interessante Grafik Muss ich sagen Neues Armin Armin Wartet auf Anweisungen Was jetzt denn gerne Ach so Kulisse Ähm Machen wir mal Ähm Total Unimus Westernstadt Chinatown Ähm Held ist ein Samurai Über der PKP Und Brust auf die Stiefmutter Seeungeheuer Ungleicher Us Machen wir das da Klingt witzig Fass jetzt aber irgendwie zum Titel nicht mehr Was ist das für 120 Das ist Fans Und wie viel Okay Keine Ahnung was das da oben ist Ziel Studieaufwertung Stelle drei Requisiten Errichte eine Kulisse Lege drei Drehorte fest Oh da kommt ja noch richtig viel Krasse Sache Ähm Keine Ahnung was von mir Brauchen der Zeit Ob wir dann auch Mehr Filme Parallel dann machen können Produktion abgeschlossen Nice Wer hat die Wulfi Wacht ein bisschen Bis Level 2 Du bist auf Fertig Überraschende Wendung Geil So und jetzt Vertrieb Knives in the Mist Ja So Jetzt gibt es keine Studios Öffne Festival Kalender 173 Tage Okay Dann müssen wir das selber machen Ähm Vertreiben Warte mal Was ist für dich Also das ist noch nicht Vorsprich Vertreiber an Ähm Der Vertreiber erstellt das Booster Einige Vertreiber wollen Alle Rechte Vertriebsrechte alle Vertriebsrechte Theater Was machen wir da Gibt sich Unifed Altisense Machen wir das Okay 8 von 10 7 von 10 Wo sie nicht perfekt ist Zwar die Geschichte Highlight des Films Folgende Geschichte ist gut Leider Was leider leidet sie Unter der schlechten Regie Der wird schon noch besser A plus B minus B minus Hm Psychiatrische Patienten Hat gut gepasst Der Rest ist so So Ähm Du Jetzt können wir hier mal Schulen machen Fortbildung Fähigkeit Gebetivit Verstand 2 Monate 15k Machen wir mal Du gehst auch mal In die Schule Du machst Fähigkeit Und dann sind die beide Auf Schulung 330k Äh Stellen wir mal ein Auto ein Oh das geht gar nicht Naja gut Und dann weiter forschen Crewverwaltung Äh Was ist das Wir können jetzt eine Crew einstellen Die Crew erlegen Die ganze schwere Arbeit Hinter den Kulissen Wir sollten eine Crew einstellen Und Drehorte aussuchen Oder Requisiten Für unsere Filme erstellen Cool Das sind alle Drehorte Die wir auf den Filmkulissen Benutzen können Suche Kulissen Die zum Typ deines Films Passen Ähm Wald Wüste Hier wird ausgesucht Studio Gelände Brau eine Kulisse Übrigens können einige Kulissen Für unsere Filme erstellen Einige einzigartige Kulissen Zuerstellen kostet Geld Aber die Qualität Unser Film verbessern Okay Crew Nummer 1 Welche Requisiten Ich hab da gar nichts Raumschiffkulisse Schlosskulisse Oh ja Okay Filmkul ausgewählt Bauen Drehort wird ausgesucht Die nächste kostet 250k Requisitenabteilung Erstelle eine Requisite Benutze Requisitenabteilung Um Requisiten für Filme herzustellen Jede Requisite ist gut Für bestimmte Filmschauen Ist geeignet Wir sollten die passenden Requisiten Für entsprechende Kulissen verwenden Okay Und die bauen jetzt halt erstmal Schlosskulisse Interesting So Kein Geld mehr Was jetzt reinkommt Warum haben wir jetzt nur noch Achso Ja So Schneller Schulung bitte Oh Forschung Liebiges Genre Oh ja So Produzieren Action bei der PKB Ja Handelsüblich Los geht's Angebote Wie Angebote Ähm So Ähm Verwalten Was kann man da noch so alles anstellen Das ist der Fokus Fähigkeitsfokus Sind für Struktur Ah Okay I see Wann ich das bei dir jetzt auch machen Während du da am Arbeiten bist Bring jetzt mit Chef Filme als Kunstform Technik Spezialist Schauspieler Das ist her Hm Okay Passt Haben wir da schon mal ein bisschen was gemacht Was willst du Ähm 25k Du Drehst wieder was Achso Da muss ich ja den hier anklicken Uh Ne Romanze 2 Light of Fim The Watch of Us Crazy Haven Moonbook Confessions Love Flying Book Wallpation Textbook Love Ja Das klingt doch gut 36 Tage Ja Und du Da klingelt's Kann jemand ans Telefon gehen Und das sind zwei Nachrichten König der Löwen hat mir wirklich sehr gut gefallen Und ich freue mich schon darauf Was Black Lion Movies als nächstes veröffentlicht wird Cool Aber wie kann ich das denn löschen Oder bleibt das einfach So Was gibt's Also Hauptrolle Uh Was ist das Der Anführer Wird als Nebenrolle eingesetzt Wenn ich da drauf klicke Oh jetzt hab ich Faktor kein Geld mehr Ähm Machen wir das so Shit Ich hab ein Geldproblem Keine halbe Stunde im Spiel Und schon fast bankrot Oh Was hättest du gerne Kulisse Skihüte Casino Die für mich noch nicht erforscht Oh mein Wildnis Der Held Ähm Teenager Held Aber es passt zur Kulisse Wildnis irgendwie nicht Was für mich fatale Genova Einstimmung Übergroßes Wesen Ja okay Machen wir das mal so So Was gibt es hier Äh Abenteuer Ist weniger auf Nebenrollen Würde ich mir gesagt Machen wir das so Ja Wir nehmen ja mein ganzes Geld weg Aber gut dass wir Wir die Punkte jetzt endlich mal mehr rauf gehen Nice Ja doch Ich glaub ich seh mich schon Dass ich da Das spiel Das wird nur spannend Alle wenn es dann gleich geht Wie ähm GameDevTikon Was ja dann echt komplex wird Ähm Drehorte Wo ähm Keine Ahnung Ich schuhe ist da noch dabei Kann ich irgendwie gar nichts mehr machen Schuhe Nummer 1 ist fertig Jörg wird ausgesucht Ähm Achso die suchen jetzt was Okay Alles neu hier Drehbuch fertig Nice Neuer Rekord Überraschende Wendung Und fast Level 2 Könnte eigentlich gerade noch ein Drehbuch hinterher schmeißen Studieaufwertung in 1 Einfordern Ja gib mir Geld Nice Da war ein Film von bester Qualität Braucht noch ein bisschen Nehmen wir noch einen Forschungspunkt Da brauchen wir aber 2 für Indiefilme Okay So ist er fertig Dadach money Boi Geil geil Schauspieler Punkte boosten Plus 15 Abschließen So Vertreiben Wir schauen mal jetzt aus hier mit Festival Festival Kalender Oh ja cool Mach mal 5k Anmelden Ähm Du Machst den nächsten Film Textbook love Kurzfilm Ich brauche Geld Uh neue Kulisse Was auch immer das heißt Ich dachte ich habe mich angemeldet Okay Braucht vermutlich noch ein bisschen Ähm Ja mach mal wieder Oh shit Das kostet wieder einen Haufen Geld 5k Okay Jetzt werde ich im Minus Ganz offiziell Geil Bestes wird schön Ich möchte mehr über unseren Film erfahren Wir müssen einen Teil des Films hervorheben An dem wir besonders stolz sind Das ist Action Abenteuer Sprich über den Einsatz von Requisiten Ja Requisiten Schreiben rote Zahlen Die Bank hat uns erlaubt Bis zu 50.000 zu überziehen Aber wir sollten versuchen Unsere Finanzen So schnell wie möglich In Ordnung zu bringen Ja I'm on it Kann ich denn gerade vertreiben irgendwie Einfach schon mal direkt Ähm Vertriebsrecht Theater Theater Mikrofilm Naja machen wir das Filmfestival Wie schaut's aus? Nice Drei Sterne Dritter Platz Naja Immerhin Uh Liked Rider Geiles Cover Ähm Schauspieler Damit die meisten Follower Natürlich Nebenrolle Mast Du Und los geht's Nice Kritiken 6 von 10 7 von 10 6 von 10 Bevor die Geschichte Die Geschichte ist gut Leider Ja mein Gott Ja Da geht's Boom für Videokassetten Die Verkäufe von Videogeräten scheinen alle Erwartungen übertroffen zu haben Da der Markt für Videokassetten Auch im nächsten Jahr Boomt Das heißt Kann man den auch dann auf Kassette rausbringen Die Wüstenfarm Okay Requisitenabteilung Geheimnisvoll Magisch Gern so ein magisch Dramatisch Naja Stell mal was Zweite Crew Wäre echt praktisch What is it? Ähm Romanze Requisiten und Effekte Kommen wir mehr auf Design Kommen wir das mal so Ah Umsatz ist nicht so geil So Das ist das gleiche wieder wie vorher Ähm Vertrieb Warte mal Schulen Gehen wir mit der Kreativität mal nach oben Bei dir Okay Liebe Leute Ich würde mal sagen Ich spiele mal ein bisschen rein Damit wir ein bisschen mehr freigeschaltet haben Und dann sehen wir uns gerade mal direkt wieder Und zeige euch was es dann so für neues Spielzeug gibt In dem Spiel Also bis gleich So liebe Leute Da bin ich wieder Und ich habe mich glaube ich ein bisschen in das Spiel verliebt Das macht wirklich wirklich viel Spaß Ich habe das Studio mittlerweile mit den Studioaufwertungen 1 hoch geupgradet Und jetzt kann ich zwei Filme produzieren Und auch zwei Drehbücher zeitgleich machen Und Filme selbst vertreiben Und ich habe zwei Crews Weil so Macht man jetzt gerade richtig viel Geld Das ist doch Hammer Bin da nebenbei noch ein bisschen an Sachen zu machen Also sie machen wir hier mal eine Westernkulisse Sollen wir hier bauen Crew Nummer 2 Sollen wir eigentlich auch was basteln Geheimeinrichtung Auch mal So Und Ich muss hier den Film weitermachen Ich kann hier jetzt auch Viel bessere Stars hier Reinholen Aber das kostet extrem viel Geld Ähm Jetzt machen wir mal 10 Millionen da So Editing of the West Habe ich selber gemacht Also vom Vertrieb her Leider schlechte Benotung Ja ja Da immerhin So Da schau mal was ich da Geld mache Ich kann dann halt auch die Werbekampagnen einstellen Wie ich es halt brauche Das Ding ist Die neuen Regisseure Die haben halt alle wenig Punkte Die muss man dann hochtrainieren Und was ich ganz spannend finde Ähm Wir können halt die Konkurrenz ein bisschen übernehmen Ja Also wenn man jetzt mal hier auf Indie geht Kann ich halt da schön Mitmachen Hab da maximal Share dann Und kriege halt dann natürlich monatlich schön Geld So das mache ich da mal 1,7 So Geil Kriege ich da Good Money Mittelgroß 9,9 Millionen Ja machen wir mal Anteil 17% Haha Geil 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 So Du bist fertig Keines Drehbuch Die Racket Okay Ich lasse die schlechten Drehbücher auch erstmal vom schlechten Regisseur machen So Sword of the Myths Wen machen wir denn da als Hauptrolle Ja machen wir dich mal Und dich da Nice So und hier Würde ich sagen Produzieren Äh Die Racket Machen wir Indie bei dem kleinen hier Arbeitskarten Schauspielpunkte erhöhen Schauspielpunkte Ja machen wir das mal Also die wird verringert So Und dann sollte das auch klappen Wir sind auch dabei Und dann können wir hier noch Drehbücher machen Und ja ich bin halt echt gespannt was halt noch mehr in der Zukunft dazu kommen wird Und man schaltet halt immer mehr frei Ähm Mach du mal Wenn wir jetzt hier reinschauen in die Vorschauung Äh Medi-Disk-Veröffentlichung Okay Fortsetzung geht jetzt auch Das machen wir Also es wird halt wirklich Wirklich nicht langweilig Warum haben wir also nicht weitere Filme die mir gefallen Und das geht jetzt Die Autoren beschweren sich Dass eine gute Fortsetzung eine gute Weiterentwicklung der Handlung braucht Was auch immer das bedeuten mag Ja Also das Spiel ist draußen jetzt auf Steam Und ich kann es nur jedem empfehlen Der so Ja Die Movies gemacht hat Und auch so Spiele wie Game Dev Tycoon Ah Man verliert sich recht schnell hier drin Absoluter Daumen nach oben Und eine Empfehlung Ich werde es weiterspielen Ich hoffe dass es euch gefallen wird Ja Hast vielleicht einen Kommentator oder sogar ein Abo Und dann bis zum nächsten Mal Prost schaffen beim Filmmachen Ciao Ja liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Ciao